Ja, immer. Ich wollte immer gleich mal das vollkommen. Halbe Sachen machen wir nicht. Ist okay, gell. Ne, aber hier. Also total erschöpft schon. Guck mal, ich lass sie dann wieder rein, dann kann sie weg. Das war ja warum sie raus wollte. Mal, bei der Tage. Ne, ich spiel die nur. Das war ein Golfschläger. Ja, das Problem ist aber, dass sie das Becken hinten wahrscheinlich geklemmt. Oder wie es beim Becken klemmt. Und sie kommt ja am Becken und an der Rippen immer durch. Das ist das Problem. Dann kommen die Weichteile, wird es wieder eng. Und dann kommt das Becken. Und dann hast du meistens auch so weg. Kann sein, sehe ich so jetzt nicht. Ja. Das wollen wir uns alle sehen, oder? Das wollen wir uns alle sehen. Aber jetzt können wir sie anheben und können sie dann kippen. Und so können wir sie dann... Und so auch hier, oder? Ja, nimm mal die anderen Schockfahrten und hängen die doch da vorne ein. Können beiden sein, oder? Ja, nimm mal ein bisschen. So, rutsch das Ding doch jetzt schon. Jetzt siehst du doch weg, ja? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017